Kennen Sie das größte Hindernis in einer Unternehmensnachfolge? Dann, wenn Sie vielleicht Ihre Firma verkaufen wollen oder an die nächste Generation übergeben möchten? Es ist das Loslassen. Und ich glaube, das kann ich aus meinem Lebenslauf heraus sagen, ein Stück weit, ich weiß, wie schwer das ist. Und ich möchte es Ihnen an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie diese simple Wasserflasche hier betrachten und das ist Ihre Unternehmung, die jetzt eben in eine neue Zukunft geführt werden soll, dann ist der wirkliche Engpass hier oben. Das ist der Flaschenhals, weil da geht es möglicherweise nicht weiter. Weil vielleicht fehlt innere Klarheit, Entschlossenheit. Und das ist auch der Grund, warum heute im Mittelstand immer mehr Unternehmen in der Führung der Unternehmung im Gesellschafterkreis auch überaltern, weil diese Entscheidung so spät gefällt wird. Aber es ist verständlich. Es geht um sehr, sehr viel Herzblut. Es geht um Ihr Lebenswerk und es ist nicht einfach, das loszulassen. Und weil wir darum wissen, haben wir von Kern aus unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit unseren Kunden etwas entwickelt und gesagt, genau dafür möchten wir Ihnen eine Lösung anbieten. Und wir haben deshalb, Sie sehen das hier neben mir, ein Seminar entwickelt, ein Tagesseminar für Sie als Entscheider, als Übergeber, als zukünftige Ruheständler vielleicht, als Privatiers, die jetzt diese Entscheidung, diese große Lebensentscheidung vor sich haben, darin eine Lösung finden können. Und in diesem Tagesseminar für Sie als Übergeber werden Sie zu einem ganz bestimmten Zielpunkt Ihrer eigenen inneren Klarheit geführt. Ich will das mal vergleichen mit einem Bild eines Marathonläufers. Was Sie hier in unserem Seminar erhalten, ist im Laufe eines Tages nichts, was irgendwie fachlich, jetzt wirtschaftlich, juristisch, steuerlich oder sowas irgendwie relevant wäre für das Thema Unternehmensnachfolge. Es geht nur ausschließlich um Sie. Und es geht darum, dass wir Ihnen am Bild des Marathonläufers am Ende des Seminartages haben Sie die perfekten Laufschuhe. Sie sind in einem super Laufdress ausgestattet. Sie wissen mental genau, was der bevorstehende Marathon wieder zu schaffen ist. Und Sie können am Abend dieses Seminartages an den Startblock gehen. Sie bekommen in einem sehr geschützten Rahmen die Möglichkeit, für sich selbst all das zu reflektieren, was notwendig ist, um eben, um durch diesen besagten Flaschenhals zu kommen. Also ich lade Sie an dieser Stelle ein. Informieren Sie sich jetzt hier über unser ganz besonderes Übergeberseminar Mein Stabwechsel. Wir haben es für Sie konzipiert, damit Sie selbst in diese Position kommen, diesen Marathon, der jetzt vor Ihnen liegt, der das Thema Unternehmensnachfolge in all seinen Facetten berührt, zu Ihrer eigenen Klarheit zu führen. Herzlich willkommen. Informieren Sie sich jetzt hier. Vielen Dank.